hallo und herzlich willkommen hier bei chris will spielen wir sind wieder in turmen unterwegs und bohren hier weiter nach öl und gas die kommentare waren ja sehr spannend ich habe meinung dass sich das gas nicht lohnt und dass ich anscheinend die die ölbohrtürme zu machen kann während ich nach komm jetzt kriege ich so raus werde ich nach gasbohre und wenn ich gerade gas abpumpe damit das komplette gas nur in left and right ink reingeht und eben nicht zur erschnellerten beförderung dient werden wir schon ob wir das hinbekommen ach das waren die ventile damit kannst du den öl und gassturm durch einen anschluss öffnen und schließen gut 20.000 an sich das braun machte so machen inventar auktionen gibt es wir sind bei 13 aber 16 prozent er noch fast gar nicht es gibt drei prozent aktien für 8000 würde ich sagen wollen wir sonst allerdings soll die auch mal geld ausgeben sollen die da auch mal geld ausgeben ja dankeschön perfekt dann gehen wir noch in den saloon auch schon rein was haben wir denn barney auf die spielage 500 dollar nehmen wir das mal mit falls wieder so blöd läuft für 3500 können wir uns einen 075er preis sichern ist das eine idee das ist eine idee ich würde fast mal sagen nein das machen wir nicht aber wir kaufen uns auch die ventile perfekt dann können wir aber warte mal writing das link ink aber den anschluss schon gelegt und für wen bist du für link ink bist du auch das heißt es wäre ja gar nicht so doof wenn immer das auch noch nicht da teile dann holen wir uns auch schönes ländle was haben wir denn hier nicht quietschen 42 48 36 jetzt muss man raus geht das stück hier das stück geht nicht doch mehr geht nicht ähm nee nee das hier vielleicht oder das hier immer das ja das war klar immer das ja doch dann schauen wir mal was da drin ist und los geht's dann drückt man auf den aufnahme ist gestaltet und dann lassen wir gleich unseren wünschel routen gängern losgehen mit die zwei stück links haben wir den festen preis der momentan 1 cent teurer als rechts und jetzt sind sie auch schon gleich klotzen wir mal ganz kurz aufs handy und jetzt pfeift der auto schon darf ich nicht mal kurz aufs handy klotzen ja du wartest jetzt so findet er gleich was das wäre schon mal gut aber er denkt sich näher findet nichts wird er keinen bock drauf da ist was so gut ist ein dickes feld das könnte die gefütter dazu uns gleich mal die pferde und verkaufen rechts dann müssten wir gleich bisschen kohle haben perfekt und jetzt ach genau wir haben uns das ventil gekauft bohranlage schließen ach sehr geil sehr geil müssen wir uns merken hier drüben wahrscheinlich auch oder schließen ach das kostet geld super dass mir der seiner sagt egal lassen wir es offen bevor wir später da was rein pumpen und das ist zu ok das ding ist kleiner als gedacht so schnell wie das leer geht aber der preis ist ganz der entwickelt sich dann können wir eigentlich fast schon mal hier quer bohren falls es hier ist uns noch ein pferd holen und ja auch ab nach unten ja da kommt da was da kommt da war es ein ganz kleines thing da brauchen wir nicht mal hier upgraden da brauchen wir nicht mehr upgraden ist auf fünf ja dann läuft erstmal alles ach wir haben diamanten cool stehen wir mit diamanten da müssen wir jetzt mal schauen ob wir im saloon jemanden finden der uns dafür einen guten spot gibt zeigt so machen wir das mit den pferden jetzt preis rechts ist fallen 97 links immer nicht so gut solange bei 97 ist würde ich sagen wir drücken aber mal nichts außer zwei wünsche routengänger und ich schicke auch schon mal hier mal wer für los 98 der preis rechts jetzt muss ich mein geld irgendwie richtig viel geld auftreiben der rechts auch unseren gaseinfluss bekommen und du pfeift er pfeift ok eigentlich könnte mir auch gleich wieder mit dem übergehen und da machen wir das auch hier ist aber es ist aus und hier ist auch was ob wir hier ist es dann probiert es blöd drüber zu bauen und hier haben wir gas ok ok jetzt müssen erstmal nachdenken zu einem macht mir das schnell genau deshalb gehst du mal direkt rein hier haben wir gas hier haben wir noch mehr gas du winkst schon das feld will ich gar nicht 100 dollar machen das ist ein kleines feld ok das ist ein kleines feld dann gehst du noch weiter nach unten hier haben wir auch noch was auch noch ein kleines feld das können wir auch gleich uns holen hier ist noch nicht und hier könnte ich mal auf und zu verkaufen ich weiß der preis links steigt ist an sich wärst du jetzt gut wenn ich mal schnell was kostet denn das 400 das machen wir mal eben so stimmt du kannst du noch weiter nach unten ach so kauf ich gerade nirgendwo ne na dann das tun wir besten gleich nach hier links dann können wir später 1 lassen wir noch frei jetzt sonst ist eh nicht mehr wenn ich jetzt links verkaufe wenn ich das links verkaufe wenn ich dazu ein ding rein pump bei der preis geht wieder runter und daher 90 wie viel geld haben wir haben 700 dollar 700 dollar ich lasse mal kurz weiterverkaufen noch das so thema sich ja gut hier ist genau unten gerade recht wenig und platz ich schicke immer noch mal auf rein hier und noch im wünsch der ruten gänge und der preis links gefällt mir nicht mehr dann warten wir jetzt mal kurz und lassen das silo voll machen können wir uns dann auch ein silo noch daneben stellen hier mal 1 2 3 4 mal gas wenn ich das gras komplett hier mit ja das ist jetzt doof das ist jetzt doof und das jetzt könnte ich ja wirklich oh da läuft was über ich bräuchte jetzt echt mal ein bisschen geld ich bräuchte jetzt echt mal ein bisschen geld wir sind im mai ich würde echt am liebsten komplett hierüber gehen und komplett hier das komplette gas mal da rein stopfen wenn hier am besten zwei tanzvoll sind würde ich gern testen das würde ich gern testen ja gut wenn man die zwischen abschnitte schließen könnte das kann man perfekt perfekt preis rechts ist gerade am steigen dann könnte ich jetzt zum beispiel hier sagen ich mache über schließen und öffnen alles dass ich alles angeboten alles gleichzeitig starten genau jetzt dürfen bald mal rechts verkaufen das ist echt gerade ein bisschen doof kommen schon wieder pferde das ist gut das ist gut das kann man dann echt das muss man dann echt perfekt timen alles ich habe kein geld ich habe es vergessen so dann gehen wir zum einen mal hier rein dann kann ich ja hier ich kann nicht immer theoretisch hier reingehen genau hier mache ich zu dann gehe ich nämlich da rein betrieben verkaufen wir immer noch besser genug geld haben jetzt haben wir genug geld oder gar jetzt haben wir genug geld so und dann würde ich sagen gehen wir hier einmal hier rüber genau machen wir hier zu genau machen wir hier zu hier ist zu genau dann gehen wir jetzt einmal hier direkt da rein einmal direkt hier rein dann noch da rein perfekt das kümmer abgraden was der preis links ist ja gerade gut habe ich verpasst habe ich verpasst habe ich verpasst dann gründen wir hier ab dann haben wir hier zwei dann brauche ich hier drei dann gründen wir euch noch ab genau dann brauchen wir noch ein neues silo so ein neues silo und dann können wir hier doch dich mitnehmen und dann können wir das nächste mal wenn der preis links gut ist dort richtig pushen noch sieht es um geld ganz gut aus du hast auch noch was gefunden okay dann können wir ja fast mit dem hier weitersuchen perfekt in unseren gegenden den maul verschicken machen wir jetzt noch nicht dafür okay dann ist das geld oder 2 kann man los schicken genau das pumpe ich hier gerade richtig schön diesen stein ist das blöd okay dann gehen wir mal stücke nach oben und gehen hier weiter wunderbar wunderbar aber ich freue mich gleich wenn wir alles aufmachen können das dann richtig rüberpumpen richtig rein fließt in den preis ähm okay das gehen wir auf stufe 2 genau das machen wir auf stufe 2 da ist auch noch Öl da ist auch noch Öl das Öl können wir dann eigentlich mit dem hier holen allerdings haben wir dafür noch zu wenig Geld gerade wieso habe ich hier zugemacht? ach das wollte ich doch gar nicht Mist 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 ich brauche mal kurz Geld ich brauche mal kurz Geld das kann ich hier wieder aufmachen das andere brauche ich eh Geld wenn ich alles gleich aufmache passt ich würde fast sagen jetzt machen wir alles auf warte jetzt machen wir hier lassen wir erst noch den zweiten Tank volllaufen wieso pumpt der hier nicht voll? aber weil hier noch pumpt aber hier ist auch noch ein Riesenfeld das nehmen wir auch noch mit dann machen wir uns am besten noch ein Silo voll oh das wird ja gleich richtig geil das wird ja gleich richtig geil August da wird ja nicht mehr viel Zeit leider so das blöden wir noch ab für den Silo haben wir auch noch Platz oder? ja ja hm gut 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 dann lassen wir jetzt mal kurz das Silo noch voll machen ich kann ja mal kurz hier schon mal ein Stück verkaufen damit wir wieder ein bisschen Geld haben September noch haben wir ein bisschen Zeit aber das kann mir dann endgeil timen das ist ja voll geil ich weiß schon ob es sich am Ende auch lohnt weil noch haben wir ja gar keinen Gewinn so gut dann haben wir wieder Geld, dann haben wir wieder Geld geht da alle zurück, alle zurück ne darf einfach nichts raus, darf nichts raus jetzt bleibt doch stehen Ui Jod ja das gibt Strafe das gibt Strafe das sind doch jetzt genug hört doch nicht so blöd ey ähm ich würde sagen legen wir los legen wir los oder? machen wir hier zu oh ja jetzt machen wir hier zu bereits links ist nicht recht gut machen wir auf und machen hier auf und jetzt müsstest du eigentlich alles hier reingehen oder? jetzt müsstest du alles hier reingehen 1,46 noch haben wir rechts rechts haben wir noch genug Gas rechts haben wir noch genug Gas sorry fangen wir an zu verkaufen wir fangen jetzt an zu verkaufen holen uns hier noch Pferde was geht so und wir sind bei 15 Pferden oh 2,20 ja leckt mich was für ein geiler Preis und rechts haben wir immer noch ein bisschen Gas übrig 2,36 2,40 ja leckt mich am Arsch was sind das denn für Preise 2,50 da regnet es ja nur Erfolge grad oder Herr Errungenschaften 2,57 2,58 2,60 und wir haben rechts okay Gas ist gleich weg beeilt euch doch beeilt euch doch ach ich hab rechts nicht auf 15 getan ich Idiot wir sind fast bei 2,70 kommt alle wir haben alle schon fast los 2,73 2,74 ja leckt mich am Arsch tschuldigung wie geil war das denn jetzt haben wir ganz gut gemacht das ist doch schon mal gut dann können wir hier oben wieder aufmachen und jetzt jetzt sieht es da auch noch ganz gut aus so ah jetzt ist Öl weg schickt nochmal Wünschle Routengänger los und jetzt hier nochmal hier hier und hier wenn ich hier jetzt auf 3 Upgrade bringt es mir gar nichts wir haben sogar noch Öl gefunden dann gröre ich dich jetzt auch nochmal ab und wir gehen hier direkt runter das ist halt das Blöde dass wir nur mit einer Ölstation hier fördern wir kriegen wahrscheinlich nicht alles raus rechtzeitig hier sollte man da drüben verkaufen ach hier ist es direkt schon ich bohre ein bisschen weit ach so das wäre ja doof dann gehen wir hier so rein so hier ist leer da hier können wir uns noch schnell Gas mitnehmen dann können wir schnell auch pumpen so 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 mal schauen was da jetzt noch geht komm zieh das Gas raus und hol ja wunderbar kommen Pferdchen alle hin alle Pferdchen hin da geht doch alle hin steh nicht nur so rum achso das war es schon mit dem Gas das war es schon mit dem Gas jo das war es leider schon mit dem Gas schade Preis rechts auch kurz sehr stark noch geworden wir haben leider nicht alles wegbekommen weil November das schaffen wir wahrscheinlich nicht das schaffen wir wahrscheinlich nicht aber man kann das bestimmt geil timen wenn wir mit dem Preis von 2,70 das ist schon ordentlich das ist schon echt das ist schon echt geil ich sehe leider auch kein Gas mehr nirgends schade schade ja das ist vielleicht ein bisschen blöd mit nur einem einem Öl äh einem Turm ist halt ein bisschen schade dass man sich hier so nicht äh kreuzen kann weil ich meine wie will man das mit mehreren Türmen machen wenn man das Gas komplett rüber ach man kann ja Türme verbinden ich hätte jetzt ich brauchte hier jetzt theoretisch warte mal kurz nur einen zweiten entsetzen mit dann könnte ich alles auf 3 dann könnte ich hier hätte ich nur einen zweiten setzen können dann hätte ich hier komplett das und das getrennt voneinander abpumpen können ja man nähert nie aus man nähert nie aus aber wir verkaufen jetzt einfach alles noch und dann haben wir ja trotzdem ganz gut gewinnen gemacht so verkaufen wir hier drüben würde ich sagen den Rest spulen wir vor das lief ja trotzdem nicht schlecht vom Geld her kommen wir jetzt noch nicht zum Bonus aber wir haben fast alles leer bekommen oben war noch ein kleines Gas eigentlich waren wir trotzdem sehr gut wir haben fast alles leer bekommen kurz Spielage das geht jetzt aber 35.000 das ist da die ist geil da die ist geil aber da werde ich mir auch die Grafik anschauen von Left Price und Right Price und den Profit jo der geht hoch und runter und der geht ja nach oben ja leckt mich wie geil das war mega was los mit euch bin enttäuscht ich bin enttäuscht ich bin enttäuscht von euch okay das nächste Mal bekommen wir das noch besser hin auf jeden Fall habe ich das schon mal verstanden und danke für das Kommentar dass man mit dem Ventil das ganze verschließen kann damit kann man jetzt auf jeden Fall das ganze viel besser machen echt geil hat echt viel Spaß gemacht ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge und ich würde mich freuen wenn ihr auch mit dabei seid bis dahin Adios